Prozent 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 immer noch sechs Tränen der D-D-Block sich hoch etwa Gäckchen auch machen auch fast auch fast Witz in Lava Land oder um die Führung Ehe egal ich habe ein Block und ich wollte erde ich gebe dir ein Stück er hat sich das auch machen ein Stück auch gerne Handel Schwarz Erde Herr wie kann man nicht am Schild hier davor muss schon Schatten Mann Kitts anwenden die will ich nicht aber landen ein bisschen auch guck mal wie alle da unten stehen ja ich bin jetzt auch hier oben zum Glück haben wir niemanden runterschlagen nein kann man nicht jetzt können wir ins Gesicht in your face bitch boah aber da unten leben noch drei und da oben sechs oh die kommen da alle nicht hoch weil das Noob Noob sind fünfter in Lein bin ich jetzt oh yeah Noob Noob du musst dich so vor die Stellen dass die an hochhüpfen anderes Fild anklicken dann klickst du auf Arena 2 und dann müsste nachher der dritte oder so was muss ich machen du weißt auch gar nicht welche Arena die sind alle ja die sind ja wohl teilweise auch in Arena 2 ja vielleicht boah Junge wie lange dauert das bitte so ist jemand vor mir auf den Kloser und oh das hey da kommt der drüber hoch der kann der hey das geht um Pio daten ja hatte der Mann auf dem Kloser ist der Kumpel immer raus man kann sich eine Buchbund doch hier kann man sich auch bei einer Seite da wird man aber ein Lauer fallen können ja ich weiß kann man wenn man sich auch fast als gleich vor dem Zaun zu stehen ich glaube ich mach mal hier jetzt auch noch Pause bis für die Reine ein ein auch TX gut X so er will noch 20 Jahren lange das auf YouTube weiß aber dass das gut hier dann länger dauert der ist hier irgendwie drüber gesprungen an der Lava gelandet habe ich vorher auch gemacht hat an der Strecke an der Strecke ich habe ein Händchen von ihren Bekontagel vorhin hatte ich 17 Händchen hier kann man ja gar nichts essen von woanders klar ich hab sogar ein Kuchen guck mal und schafften Pfeil er soll eine Möhre werfen und drücken wo hinlaufen sind wir endlich los da geht jemand hin ah da wollte gerade jemand hingehen als sie schon geworfen hatte oh jetzt stehen die da geil werft jetzt alle Möhren dahin guck aber halt eine Kette anbauen hat man hier oh einer gammelt da okay oh Junge da stehen jetzt drei Leute die Möhren haben wollen ach so der eine verhungert hat deswegen ist er wir brauchte weil er verhungert guck mal der frisst die ganze Zeit lol ich werde jetzt so viele ich nur noch fünf hab wie viel hast du denn 24 hatte ich lol oh komm schon okay ich hab nicht nur noch fünf jetzt aber mal genug hier gammel nicht Leute ach so der kommt ja durch hin Mama Mama boah das ist mehr voll aber ich weiß nicht wie ich dir das raussteigen kann dass wir jetzt hier so lange dumm rumstehen ey lad das einfach noch nicht hoch ja mmm boah ich mach jetzt Aufnahmepause bis gleich okay wir sind wieder da wir haben noch ja hallo wir haben noch zwei Dingens wir sind also das sind noch zwei in der anderen Arena weil wir hatten keinen Bock mehr in dieser Arena zu sein weil das waren eben noch sechs jetzt sind noch fünf in der Zeit hält sich die unten hier ziemlich drastisch Dingens und wir sind jetzt bei äh Platz neun und zwölf also ich neun und zwölf das geht wir sind auf jeden Fall wahrscheinlich noch in der ersten Reihe ich weiß nicht ob wir auch dahin teleportiert werden wenn wir irgendwo auf dem Server sind doch man behält zumindest den Rang wo man war auch wirklich okay du gehst zuerst drauf ich sehe sehen uns jetzt ein bisschen auf dem Server um das ist kein richtiges Letztshow du Pärino wir sehen uns nur kurz auf dem Server um bis sie teleportiert werden mhmhmhmhm Teleportruo wo Pärgä geh mal dahin Lava Wasser Hallo Hey, wie bist du da aufgekommen? Achso, ja. Ich wollte jetzt mit dem Wasser hochschwimmen und dir voll überlegen sein. Guck, sie ist einfach hoch. Voll unfair. Oh, genau, ich bin leer, ich verstecke mich an der Treppe. Ah, jagen, Versteckheit spielen. Hi. Boah, ich gehe nochmal zu WordPage. WordPage. Boah, was soll ich gerade machen und dann sagen, ja, das ist... Scheiße, ich kann kein WordPage machen. Hä, ich auch nicht. Geh noch zu den Duplicate Message. Boah, jetzt müssen wir irgendwas schreiben. Nein, müssen wir nicht. Doch, halt. Ich guck, jetzt geht's. Oh, du bist so ein... Jetzt geht's aber. Du hättest einfach auf die Pressure Plague gehen müssen. Schau, das ist mir scheißegal. Oh, ein Creeper. Das ist ein echter Creeper übrigens. Die spawnen hier dauernd welche. Ich bin wieder da drauf. Oh, ein Creeper. Ja, durch Buckusen. Genau. Oh, da sind noch vier drin. Wow. Kommt, ich bin elfter. Cool, da bin ich wohl. Siebter. Äh, ich meinte, ich meinte, achter wahrscheinlich. Boah, jetzt, lass mich auf das Scheiße. Wo, müssen. Okay. Hey. Hm, okay. Bin drauf. Nein. Oh, ich bin dumm. Ist in die Lava gefallen? Nee, ich bin runtergefallen. Ey. Hat man da eigentlich seine Items, die man jetzt auch hat? Nein. Weil. Nein, es gibt Essen. Warte. Okay. Komm. Ich bin in der siebte. Nein, ich bin in der falschen. Nein. Oh, ich bin so dumm. Ja, ich bin zehnter. Scheiße. Ich habe aus Versehen auf Arena 2 geklickt. Schnell geht er wieder drauf. Nein, jetzt bin ich neunzehnter in Line. Ist doch egal. Oben wäre ich jetzt. Okay, siebzehnter in Line. Scheiße. Ich darf nicht in der hinteren. Oben, das startet gerade. Was? Wo? Gerade oben. Ja, komm, 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 komm. Ich bin drin, aber ich bin in der scheiße hintere Reihen. Egal, komm. Ja, ja, auch. Dann rennen wir einfach direkt weg, oder? Wir könnten versuchen noch an Kisten zu kommen. Nee, wir rennen weg, oder? Komm, wir rennen, wir rennen. Wo bist du? Achst du da? Ja, warte, ich renne kurz. Nein, ich renne kurz in die Mitte, um zu gucken, ob ich ne Kiste kriege. Komm, komm, komm. Ja, ich hab ein Steak und fünf Pfeile. Okay, jetzt renne ich weg. In welche Richtung? Wo bist du? Da, komm. Nach hier, nach hier. Komm. Ich hab ein Steak und fünf Pfeile. Wir rennen zu diesem Turm, ja? Ja. Erst ganz am Ende der Karte. Und dann, ähm... Ach, wir sind schon wieder hier. Okay. Erst ganz am Ende der Karte und dann rechts. Rennen wir erst mal ein bisschen. Ich weiß, es ist Hungerhalsverbrauch, aber ich hab ein Steak. Leer kann ich, glaub ich, nicht rennen, oder? Ich hab kein Essen. Ja, ich weiß. Hallo, wir verlieren kein Leben, wir sprinten jetzt einfach, komm. Komm, wir brauchen Essen, 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 Essen. Komm, schnell, schnell, schnell. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hier. Scheiß, hier geht's nicht hoch. Da hinten geht's hoch. Nee, geht's nicht. Aber man kann bitte zerstören, komm hier. Hier, hier, der hat, der ist hinter dir. Scheiße, da ist jemand. Oh, fuck. Ah, geht noch nicht los. Aber jetzt. Oh, fuck. Oh, fuck, da ist jemand. Hä? Wo dahin? Ist doch egal, komm. Ja, warte, ich jetzt mal, sag, damit ich mich regeln. Ah, das ist die Bäume, guck mal, siehst du, die Bäume, da waren wir, äh, waren wir gestern auch schon. Gestern, ähm, hm. Diese komischen Bäume. Die sieht irgendwie, oh. Sieh was? Warte, ich glaub, wir müssen hier lang. Ich muss kurz hier. Hm, wo bist du? Ich bin hinten stehen geblieben, warte, ich komme. Du bist halt nach vorne gelaufen, ne? Bist du irgendwo abgebogen? Ich bin bei diesem Baum jetzt. Ach, da hinten, okay, ich seh dich. Ich renne weiter. Ey, hier ist das mit dem Auto. Ja, 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 komm, ey, ich kann das machen, nein, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich bin, ich mach Action, ich, nein, böses Lennart. Ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Ich mach die Action. Loll, der ist wer? Loll, bist du das? Ich. Oh, du hast mich gerade geschlagen. Nein. Doch, hast du wirklich, ich hab Schaden genommen. Ich brauch Essen, hast du Essen? Ja, ja, warte, 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 warte. Ich hab jetzt noch ein gebratene Steck und ein nicht gebratene Steck. Ich geb dir jetzt gebratene Steck. Ich hab jetzt gebratene Steck. Oh, nee, ich dachte, ich hätte es in die Strömung geworfen. Jetzt hab ich noch ein nicht gebratene Steck für mich. Steck. Wir müssen nach Norden. Ich glaub da hinten ist ne Kiste, oder? Nordost. Ist da hinten ne Kiste? Ne. Ist hier noch mehr? Ich glaub, wir können jetzt gehen. Ist da hinten ne Kiste? Wo bist du? Hier am See. Nein, da ist keine Kiste, das ist nur Gras. Okay. 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 Hey, geht schon richtig ab, Sache. Ich hab' immer angeschrieben, guck' jetzt nicht aufs Geld nach. Wenn man sich in der Aufnahme sieht, ich bin schlau. Oder auch nicht. War hier bei dem Ding ist nicht was? Warte. Ich meine, hier bist du, ich rübergesprung, ich war eine Kiste, oder? Ne. Ne. Ja, guck' du weiter, geh' ich hier, war nix. Du sporn. Du sporn gehst du? Das Turm. Ach so, schon sporn. Wo bist du? Man kann übrigens auch Pilze abbrauen, aber braun. Braun. Hier die Kuppel. Bist du? Ich bin ganz am Rand der Kuppel. Warte, ich komm. Ich hab'n Pilz. Ich bin jetzt ganz am Rand der Kuppel auch. Tu. Ich bin gleich in der Mitte vom Rand der Kuppel. Also da, wo es so... Ich bin x-1750. x-1750. Und z-145. Okay, dann bist du gleich in der Nähe. Du musst deinen Namen sehen. Du musst einfach am Rand der Kuppel lang gehen. Ach, bist du? Ich hab' dich gefunden. Hier war mir auch noch nie. Ich glaub' ich war noch nie. Ja, weiß auch noch nicht. Ich glaub' die Regisatorin muss noch nicht. Nein, der ist viel weiter, der ist viel weiter im... Irgendwo. Boah, das hier ist scheiße, ich glaub' hier, hier ist glaub' ich gar nichts an Kisten. Wir haben nicht mehr viel. Bist du voll an Essen her? Mh-mh, aber ich hab' noch ein Steak. Achso, okay. Ist das mal. Bring's ja auch. Geile Kiste meins. In ner Schwert drin sind dann... Nein, nein, nein. Ja, ich seh' die Druckplatte. Das ist das mit den... Ich seh' die Druckplatte. Komm, komm. Kommt der dran? Die Kiste, komm. Ja, ich kann an die Kiste, ich bin an der Kiste. Lederhose und Lederhornisch und zwei Essensteile. Warte, ich gebe dir die Lederhose. Hier, bitteschön. Und ein Hühnchen. Danke, vielen Dank. An den Druckplatte kommen die Höhlen spinnen? Von wo denn? Ja, von der Seite. Irgendwo, keine Ahnung, das war bei mir so. Egal, nicht austesten. Ja, ja, nee, hatte ich nicht vor. Komm, wir rennen jetzt nach Osten. Warte, warte. Nein, ich möchte gerne... Ich möchte einfach gerne irgendwo rumlaufen. Ich glaub, das ist das so's mir aus dem ersten Leben. Nein, hat dich nicht vor. Du bist... So darf. Wenn aber nicht mehr auszunehmend. Sie nein, Reizen. Warte, dich... Ja, es ist nichts. Ja, es ist scheißegal, wo wir hinrennen. Wir sind eine Kuppel. wir gehen mach ich doch sorry Leute hätten jetzt irgendwie Waffen oder so dann würden wir natürlich direkt voll Betteln aber wir müssen jetzt erst mal hier richtig okay die Pässe finden habe ich wieder da hinten sind die anderen Pilze Kassel Abbau und aber bei mir haben vorhin rote Pilze und die Gelegte die Abbau ich glaube hier ist dieser See wo auch mit Ruhe warte ich die gerade im Baum und ich glaube es ist ein Baum wo nichts doch diese Kiste Kalt und kein ein Holzschwert und vor allem eine leere Schale und eine volle Schale mit Pilze da wir haben zwei Pizze ich geb dir eine die Säge hat die Säge hat Fock Eisenschwert Fack 9 okay